Hallo, ich bin Miriam Theis von Fahre und ich zeige heute den Phinic Rain Only 95. Das Highlight des Schirms ist natürlich sein geringes Gewicht. Wie der Name vermuten lässt, wiegt er knapp 95 Gramm. Gleichzeitig ist er auch sehr klein und kompakt und passt damit perfekt in jede Handtasche oder ins Business-Gepäck. Damit er so leicht, aber auch stabil ist, verwenden wir hochwertige Materialien wie zum Beispiel Carbon, Stahl, Aluminium und Fiberglas. Vor allem, wenn man auf das Gewicht oder den Platz achten muss, ist der Phinic Rain Only 95 der ideale Begleiter. So ist man auf dem Weg zur Arbeit, zum Theater oder aber auf Reisen jederzeit auf Regenschau vorbereitet. Aber auch an heißen Tagen bietet er dank UPF 40 einen hohen Schutz vor der Sonne. Auch bei starkem Wind hält der Schirm problemlos stand. Schließlich ist er nicht nur ultraleicht, sondern aufgrund des Windflugsystems auch hochflexibel. Trotz der geringen Maße im geschlossenen Zustand ist er geöffnet tatsächlich nur minimal kleiner als unsere Standard-Taschenschirme. Selbstverständlich können wir auch hier auf die Segmente, das Futural oder das Schließbrand drucken. Besonders beliebt ist bei diesem Modell aber der dezente und hochwertige Domestiker im Griff. Der Only 95 eignet sich darüber hinaus auch super für Kampagnen und Mailings. Bei Bedarf unterstützen wir hier mit einer individuellen Verpackung. Bis zum nächsten Mal.